4. 5. 5. Bereits vor dem Europa-Liquet-Finale zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal stand der Austragungsort Baku in der Kritik. Nicht nur die große Reisedistanz von 5000 Kilometern, auch das geringe Kontingent von 6000 Karten pro Mannschaft irritierte nicht nur die Klubverantwortlichen. 5. Bilder-Galerie-Einzelkritik Europa-Liquet-Finale, Hazard mit Gala, Özil und Sichtbar 25 Bilder nur wenige Fans traten schließlich die lange Reise nach Aserbaidschan an und wurden vor Ort enttäuscht. Der ZN gratis testen und die Europa League live. Auch die Stimmung litt unter den geringen Verkaufszahlen an die Final-Teams. Punkt. Die Reaktionen aus den sozialen Medien, meist gelesene Artikel Fußball, Europa League, Hazard spricht von Abschiedfußball, Europa League-Fans kritisieren Finalstadionfußball, Bundesliga Bayern schlittern an Blamage vorbei Fußball, UEFA Europa League, Rüdiger feiert Sieg auf Krücken, Hildebrand analysiert neue Regeln, Let's Blockets. Musik Musik Musik